Wir haben einen Impfstoff, der ein Eigenschutz ist. Es ist nicht ein Impfstoff, der uns eine Herdenimmunität bringen wird. Jeder, der sich schützen will, kann sich schützen, geimpft zu werden. Das ist vor allem, indem er sich impfen lässt. Das ist vor allem wichtig für Eltern und Lehrer. Denn natürlich werden wir Infektionen in Schulen sehen. Wir dürfen aber keinen Druck aufbauen. Das sehe ich als ganz wichtigen Punkt. Wir dürfen keinen Druck aufbauen bei Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren, dass sie sich impfen lassen müssen, damit sie am Unterricht teilnehmen können. Ich habe gestern von einem Schüler gehört, dass da Mobbing entsteht, weil er mit 13 Jahren noch keinen Impfpass hat. Das finde ich eine ganz schwierige Entwicklung, wenn man sich überlegt, Kinder und Jugendliche haben keine schweren Verläufe. Und daher darf da auch kein Druck entstehen. Wenn jemand sich selber entscheidet, der möchte sich impfen lassen, dann soll er das machen. Und ich finde es auch gut, wenn er es macht. Aber es darf kein Druck in der Gesellschaft aufgebaut werden und auch nicht darüber eine Entscheidung, ob Präsenzunterricht jetzt vom Impfstatus zum Beispiel der Kinder abhängt. Henrik Streeck sagt, es darf dieses Klima nicht aufgebaut werden. Aber Fakt ist ja, es ist längst aufgebaut worden. Das ist tatsächlich ein Mobbing-Klima gegen Kinder. Und man muss es einmal so klar sagen, hier hat eine in der Entscheidungsspitze weitgehend kinderlose Regierung ein Klima geschaffen, in dem Kinder inzwischen in täglicher Angst leben. Angst davor, dass sie ihre Eltern gefährden könnten. Angst davor, dass sie ihre Lehre ansteckt. Angst davor, ob sie jemals wieder normal leben werden. Dass Kinder auf einmal das Gefühl haben, sie sind dafür verantwortlich, die Gesellschaft zu schützen. Was hier passiert ist, ist eine historische Umkehr unseres Menschenbildes. Erwachsene schützen Kinder und nicht Kinder schützen Erwachsene. Und schon gar nicht müssen Kinder Erwachsene schützen, aufgrund von inzwischen hoch ideologisierten Ideen, dass man die Kinder quasi jetzt über anderthalb Jahre als Pandemie- und Virenschleuder verunglimpft hat. Was mit der Realität rein gar nichts zu tun hat. Und das in einer Zeit, in der Erwachsene ja vollkommen problemlos die Entscheidung treffen können, sich selber zu schützen. Und Kinder nach allem, was wir wissen, Henrik Schreck hat es eben gesagt, so gut wie nicht von schweren Verläufen von diesem Virus betroffen sind. Es gibt überhaupt keinen Grund für das, was gerade passiert. Und dass Kinder jetzt immer noch in der Angst leben, dass die Schulen wieder schließen und sie wieder ihre Freunde nicht sehen, das ist im negativen Sinne eine historische Leistung dieser Regierung. Wir sehen hier, dass wir uns jetzt noch in der Feststellung und die Männer in der Aktie und alle Flüchtlinge jetzt gehen. Und wir sehen uns auch gleich, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.